Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist Dienstagabend, Zeit für Ihren Regionalsender für TV Allgäu Nachrichten. Das sind heute unsere Themen. Vom Umweltminister für Gut Befunden. Eine neue Messstation in Oberjoch zeigt künftig an, wie gut die Allgäuer Luft wirklich ist. Rasende Bierkisten, Azubis arbeiten für die Running Box Meisterschaft nach einem etwas anderen Lehrplan und Das Abenteuer kommt aus dem Allgäu. Ein Blick hinter die Kulissen eines Spielgeräteherstellers. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Ein Allgäu ohne Gentechnik, das ist das erklärte Ziel der Initiative Genial. Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, stehen gut. Denn der Landkreis Oberallgäu ist bereits gentechnikfreie Region und auch das Ostallgäu ist auf dem Weg dorthin. Aber mit dem Allgäu allein soll nicht Schluss sein. Am liebsten wäre es der Initiative, wenn ganz Bayern auf die grüne Gentechnik verzichten würde. Und aus eben diesem Grund hat man nun gestern dem bayerischen Umweltminister Markus Söder eine Unterschriftenliste übergeben. Einer von zwei Terminen, die der Minister gestern in Oberjoch hatte. David Jo und Markus Wesseli berichten. 6.500 Unterschriften für eine gentechnikfreie Landwirtschaft. Die hat die Initiative Genial gestern dem bayerischen Umweltminister Markus Söder überreichen können. Gesammelt wurden die Unterschriften im Laufe des letzten Jahres, unter anderem auf der Allgäuer Festwoche. Das Ziel, der Staatsregierung klar machen, dass gentechnisch verändertes Saatgut nicht erwünscht ist. Ein Thema, mit dem man bei Söder offene Türen einrennt. Ich bin ein grundlegender Skeptiker gegenüber der grünen Gentechnik. Ich möchte ein Gentechnik anbaufreies Bayern haben. Zum einen einmal, weil es hier um die Bewahrung der Schöpfung geht. Die Risiken dieser Auskreuzungsproblematiken, also der Übertragung von gentechnisch veränderten Saatgut auf andere Pflanzen, einfach nicht ausgeschlossen ist. Und auch, weil es, glaube ich, aus ökonomischer Sicht der falsche Weg ist. Denn es gibt einen klaren Weg auf da. Ich möchte, dass Bayern der Feinkostladen Deutschlands wird mit gentechnikfrei produzierter Nahrungsmitteln. Die anderen Bundesländer können ja wegen mir anders anbauen. Aber wir sollten wirklich hochwertige Nahrungsmittel anbauen und die müssen einfach gentechnikfrei sein. Die Unterschriftenübergabe war gestern aber nur der Auftakt. Der Oberjochreise des Ministers. Denn eigentlich war er vor allem wegen eines anderen Themas gekommen. Die Einweihung der neuen Luftmessstation an der Alpenklinik Santa Maria. Ab sofort wird die Messstation regelmäßig die Luftqualität überprüfen und die Ergebnisse dann an eine Zentrale übermitteln. Während die meisten der insgesamt 57 Messstationen im Freistaat an belasteten Standorten wie München, Augsburg und Nürnberg stehen, wurde die neue Station bewusst in den Kurort Bad Hindelang-Oberjoch gesetzt. Das ist ein bewusstes Konzept zum einen einmal natürlich im gesamten Alpenverbund die Luftsituation zu bemessen, weil wir hier deutliche Klimaveränderungen haben, aber vor allem auch zu zeigen, wie gut die Luft hier ist. Man darf solche Stationen nicht immer nur deswegen einführen, weil man jetzt sozusagen das Negative herausstellen will, sondern auch mal die positive Situation. Und gerade hier ist es natürlich gerade für den Bereich Allergie, für die Medizin, für den Gesundheitsstandort eine ganz wichtige Komponente, auch ein Stück Unterstützung. Deswegen glaube ich, ist die der richtige Ort gewählt. Für Oberjoch ist die neue Messstation, das wurde gestern mehrfach betont, eine Chance. Gerade in Verbindung mit der Alpenklinik dokumentiert die Station ab sofort die hohe Luftqualität am Gesundheitsstandort Oberjoch. Wir wollen natürlich auch damit profitieren, nicht nur im Oberjoch, insgesamt im Oberalger, in Bad Hindelang und in der ganzen Alpenregion. Und das auch ausnutzen, der Bevölkerung und den Menschen auch klar machen, hier haben wir noch zur Erholung eine besonders gute Luft und das wird eben mit so Messstationen dokumentiert. Und es soll einfach nicht nur das Negative gemessen werden, sondern auch mal das Positive. Mit der neuen Messstation wird nun also auch wissenschaftlich dokumentiert, was vielen ohnehin auch so klar war. In Oberjoch ist die Luft noch rein. Reine Luft ist gut für die Umwelt und um die Umwelt geht es auch jetzt. Geld sparen und gleichzeitig noch was für die Umwelt tun, das hat man sich beim Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren auf die Fahnen geschrieben. Bislang betrieb man dort die größte Rasenheizung außerhalb der Augsburger Impulsarena, wie es der Vorstandsvorsitzende des BKH Thomas Düll ausdrückte. Sprich, eine Ölheizung heizte nicht nur die Klinik selber, sondern unfreiwillig vor allem auch viel von ihrer Umgebung. 1,8 Millionen Liter Öl hat das BKH-Kaufbeuren so jeden Winter verheizt. Dank eines von Erdgasschwaben betriebenen Biomasse-Heizkraftwerkes auf dem BKH-Gelände, das gestern Abend offiziell eingeweiht wurde, soll das jetzt anders werden. Damit sollen jedes Jahr rund 6000 Tonnen CO2 und jede Menge Geld eingespart werden. Sebastian Zausch und Thomas Kehrer berichten. Den Segen der katholischen Kirche hat das Heizkraftwerk seit gestern Abend. In Anwesenheit von Vertretern aus der Politik und der beteiligten Handwerksfirmen wurde die Vollendung des 5 Millionen Euro Bauwerks gefeiert. Vor zwei Jahren ist der Vertrag unterzeichnet worden. Die nächsten 20 Jahre soll Erdgasschwaben das BKH mit Bioenergie beliefern. Wir haben hier eine ORC-Turbine drin, die mit höchstem Wirkungsgrad hier auch Strom erzeugt. Und wir reden hier von rund 5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom und von 25 Millionen Kilowattstunden Wärme. Das entspricht, damit man sich es besser vorstellen kann, pro Jahr in etwa hier der Versorgung von 2000 bis 3000 Haushalten mit Wärme und Strom. Etwa 950 Grad heiß ist der Ofen, der im neuen Kaufbeurer Biomasseheizkraftwerk die Holzhackschnitzel verbrennt und so das angrenzende BKH mit Wärme versorgt. Die Hackschnitzel stammen aus heimischen Wäldern und werden noch vor Ort gehäckselt. Die Wege sollen dadurch kurz die Emissionen klein gehalten werden. Eine halbe Million Euro fließt so direkt an die heimischen Landwirte. Auch für den Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium, Franz Pschierer, ein Vorzeigeprojekt. Besser geht es eigentlich gar nicht. Wir wollen kurze Kreisläufe und wir wollen natürlich auch eines erreichen. Wir wollen uns wesentlich stärker unabhängig machen von Energieimporten, insbesondere von Energieimporten im fossilen Bereich. Das ist Öl, das ist auch Gas, russisches Gas, was in Bayern zum Einsatz kommt. Und insofern ist es heute ein ganz wichtiges Datum und ich hoffe mal, dass von diesem Tag aus hier, von dieser Maßnahme auch ein Stück Initiative ausgeht für weitere Maßnahmen. Die Abluft aus dem Ofen sorgt dafür, dass in der Kammer darüber das organische Thermoöl erhitzt wird. Das wird über einen Därmetauscher geleitet und sorgt letztendlich dafür, dass diese Turbine Strom erzeugt. Der wird dann an das öffentliche Netz abgegeben. Wir haben mittlerweile sieben Großprojekte am Laufen. Davon sind drei Biomasse-Heizkraftwerke, wo wir aus Waldhackschnitzeln Wärme und Strom machen. Und wir haben vier Bio-Erdgas-Anlagen, wo wir entweder aus Bio-Abfällen oder aus Bio-Gas gleichzeitig auch Wärme und Strom gewinnen. 25 Prozent Energie und 360.000 Euro Kostenersparnis soll das neue Heizkraftwerk dem Bezirkskrankenhaus bringen. Bislang ist das der einzige Abnehmer der neuen Anlage. Dabei soll es aber nicht bleiben. Da waren sich gestern alle Beteiligten einig. Die Anlage sei ohne weiteres erweiterbar, so Erdgasschwaben. Ohne große Probleme könne der Ofen auch für mehrere Kunden brennen und diesen saubere Energie liefern. Das Rauchgas der neuen Anlage wird übrigens durch verschiedene Elektrofilter geleitet und gelangt so nur gereinigt in die Luft. Und auch die Asche kann recycelt und beispielsweise im Straßenbau als Füllstoff verwendet werden. Einmal querbeet durchs Strafgesetzbuch. Das brachte jetzt ein Einsatz der Polizei in Oberstdorf mit sich. Zuerst ging es um Ruhestörung. In einer Wohnung wurde zu laut gefeiert. Einen 18-Jährigen mussten die Beamten gleich in die Hände des Rettungsdienstes geben. Er hatte neben Alkohol auch noch einen Drogencocktail in Tuss. Drogenreste und verbotene Kräutermischungen fand die Polizei dann auch in der Wohnung verteilt. Vermutlich hatte der 18-Jährige die Betäubungsmittel auch anderen Partygästen angeboten. Es ging aber noch weiter. Ein weiterer Partygänger wurde stark betrunken auf dem Fahrrad angehalten. Sein Gefährt sowie ein mitgeführter Fotoapparat waren gestohlen und zwar aus besagter Partywohnung. Zum guten Schluss kamen dann auch noch Beamtenbeleidigungen dazu, als die Polizei die Feier nun endgültig beenden wollte. Wie die Polizei uns heute mitteilte, wurde sie mit nicht spruchreifen Worten beleidigt. Die Meldungen des Tages. Die Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. Einzigartiger Schauplatz für bewegende Momente. Lassen Sie sich verzaubern von der großen Altusrieder Märchenproduktion Aschenputtel. Noch bis 11. Juli auf Süddeutschlands größter Freilichtbühne. Informationen und Kartenbestellung unter Altusried 92200. Immer ein gutes Blatt. Die Allgäuer Zeitung. Was haben diese Gastronomen alle gemeinsam? Sie alle vertrauen auf die Qualität von Hospweine Marktoberdorf. Ihre Gastronomie im Allgäu freut sich auf Sie. Schauen Sie doch mal rein und genießen die Weine von der Weinhandlung Hospmarktoberdorf. Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo für zwei Wochen kostenlos. Telefonisch unter 0831 206 106 oder online unter www.all-in.de Natürliche Wärme aus der Luft, der Erde, dem Wasser. Alles Wissenswerte unter www.die-wärme-pumpen-profis.de Die Meldungen des Tages. Auf dem Herd vergessenes Essen hat gestern Abend in Kempten zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Eine 19-jährige Schülerin hatte einen Topf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Der Topf entzündete sich und verrauchte die ganze Wohnung. Der achtjährige Bruder und eine 20-jährige Freundin, die sich mit dem Mädchen in der Wohnung aufhielten, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Alle drei mussten zur Beobachtung ins Klinikum Kempten eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Ein ganzes Arsenal an Waffen hat die Polizei jetzt bei einem 56-jährigen Mann in Sonthofen sichergestellt. Wie die Beamten erst heute mitteilen, hatte der Sportschütze bereits in der Nacht auf Montag ohne erkennbaren Grund im Garten seines Einfamilienhauses in Sonthofen herumgeballert. Nachdem Anwohner die Polizei alarmiert hatten, rückten Einsatzkräfte aus Sonthofen, Oberstdorf und Immenstadt an, um den betrunkenen Mann zu überwältigen. Sie griffen gerade in dem Moment zu, als er im Haus neue Munition holten wollte. Neben der Waffe, mit der er um sich schoss, stellte die Polizei weitere Kurz- und Langwaffen sicher. Sie prüft jetzt, ob der Mann diese trotz Lizenz abgeben muss. Das Hochwasser in Lindau hätte auch schlimmer kommen können. So der gemeinsame Tenor bei einem für heute einberufenen Pressegespräch. Neben Oberbürgermeisterin Petra Seidel waren auch Vertreter der Feuerwehr, des Wasserwirtschaftsamts und der Stadtentwässerungswerke anwesend. Vor allem im Bereich der Aachstraße hätte der Hochwasserschutz Schlimmeres verhindert. Gut zwei Drittel der Maßnahmen dort seien aber schon fertig. Wenn wir das insgesamt dann haben, dieses Gesamtmaßnahmenpaket, dann denke ich, werden so hoffentlich mal die Gummistiefel vielleicht der Vergangenheit angehören. Bin aber da sicherlich auch ein bisschen vorsichtig und sage, wenn solche Ladungen runterkommen, da lässt es sich natürlich nicht vermeiden, dass dann mal es feucht wird. Aber wie gesagt, im Vergleich 2,2 zu jetzt sehr deutlich, die Maßnahmen waren richtig, die wir ergriffen haben. Sie haben auch gegriffen, zeigen aber auch die Notwendigkeit fortzusetzen. Bis 2012 sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen inklusive Rückhaltebecken abgeschlossen sein. Am Freitag waren bei den Stadtentwässerungswerken Lindau rund 1000 Liter in der Sekunde durchgeflossen. Regulär liegt der Wert bei Regenwetter bei 300 bis 350 Liter in der Sekunde. Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Allgäu hofft beim Kampf gegen das Sparpaket auf die Unterstützung der Gemeinden. Das von der Bundesregierung geplante Paket sei eine himmelsschreiende Ungerechtigkeit, bei dem die sozial Schwachen das ausbaden müssten, was uns das größenwahnsinnige Gewinntreiben vieler Unternehmen, Banken und Spekulanten eingebrockt habe, so der DGB bei einem Treffen in Kaufbeuren. Die finanziell sowieso schon gebeutelten Kommunen würden durch das Sparpaket zusätzlich belastet. Bei ihnen als letztem Auffangnetz würden die, die auf der Strecke bleiben, vor der Tür stehen. Deshalb wolle man an die Bürgermeister der Region herantreten, um zu prüfen, wie man gemeinsam gegen die Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung angehen könne, so der DGB. Der Mann, der am Sonntagnachmittag eine Tankstelle am Kemptener Schumacherring überfallen hat, ist jetzt von der Polizei gefasst worden. Der 22-Jährige hatte die Tankstelle, in der sich neben zwei Angestellten noch einige Kunden auffielten, gegen 14.20 Uhr betreten. Zunächst forderte er die Kundschaft auf, die Tankstelle zu verlassen. Anschließend richtete er seine Waffe auf die beiden Angestellten und verlangte das Geld aus der Kasse. Danach flüchtete er zu Fuß mit den Tageseinnahmen. Kurze Zeit später wurde er im Bereich des Ostbahnhofs festgenommen. Die Beute, die er noch bei sich hatte, konnte vollständig sichergestellt werden. Der 22-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die baden-württembergische Landesgartenschau findet im Jahr 2024 in Wangen statt. Das hat der Ministerrat heute in Stuttgart bekannt gegeben. Für die Gartenausstellung soll das Erbargelände saniert werden. Eine alte Industriebrache, die sich im Besitz der Stadt befindet. Dort sollen dank eines Zuschusses von 5 Millionen Euro weitläufige Grünflächen entstehen. Wangen hatte sich bereits um die Landesgartenschau im Jahr 2016 beworben, war vorerst aber nicht zum Zug gekommen. Soweit unsere Nachrichten vom 22. Juni. Das Wetter. Top Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70 Prozent reduziert. Outlet Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Heute Nacht ist es in der gesamten Region teils klar und kühl. Die Temperaturen liegen um die 12 Grad. Der Mittwochmorgen startet dann erneut sehr kühl, mit Werten um 9 Grad. Am Nachmittag sind dann trotz Nordostwind wärmere Temperaturen zu erwarten. Es bleibt sonnig, nur vereinzelt zeigen sich Quellwolken. Das Quecksilber steigt auch am Donnerstag weiter. Mit Höchstwerten von 24 Grad kehrt der Sommer zurück ins Allgäu. Am Freitag gibt es dann erste lokale Hitzegewitter. Es bleibt aber angenehm warm. Der Samstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 24 Grad am Alpenrand und 26 Grad im Unterallgäu. Rasende Bierkisten, die bis zu 120 kmh schnell werden können, mit Azubis obendrauf. Das gibt es nächsten Samstag auf dem AMC-Gelände am Allgäu Airport in Memmingerberg zu sehen. Bereits letztes Jahr wurde hier zum ersten Mal die sogenannte Running Boxmeisterschaft ausgetragen. Auch dieses Jahr soll das etwas andere Motorsport-Event starten. Die Regeln, Azubis müssen aus einer Getränkekiste ein Fahrzeug bauen. Aus solchen bereits gelehrten Getränkekisten entstehen in vielen bayerischen Betrieben derzeit etwas andere Flitzer. Es wird noch fleißig getüftelt, wie beispielsweise hier bei der Firma Christ im Unterallgäuer Benningen. Mithilfe eines selbst konstruierten Fahrgestells und eines Verbrennungsmotors haben diese sieben Azubis, alle aus dem ersten Lehrjahr, eine Running Box gebaut. Und zwar allein. Die müssen also alles selber machen. Die haben natürlich die Möglichkeit, sich bei den einzelnen Fachabteilungen in der Firma Hilfe zu holen und da vielleicht auch mal das eine oder andere Teil in Auftrag zu geben. Ansonsten machen die alles selber. Man kriegt einfach ein bisschen was mit mit den ganzen technischen Sachen. Man kann da selber dran was arbeiten. Das motiviert einen auch, wenn man dann hinterher in Rennen fahren kann und einfach ein Ergebnis dabei sieht. Bei diesem Azubi-Projekt müssen die angehenden Mechatroniker und Zerspannungsmechaniker an einem Strang ziehen. Neben dem Spaß sollen die Auszubildenden nämlich durchaus was lernen. Wir bekommen hauptsächlich mit auf den Weg, dass die Themenarbeit sehr groß geschrieben wird, dass die sich auch selber Wege suchen, um irgendwelche Lösungen zu finden, was sie auch sehr toll gemacht haben in dem Bereich. Die sind also in Bereiche vorgedrungen, die normal im Lehrplan auch nicht drinstehen. Das stärkt einfach das Gemeinschaftsgefühl, weil nur das erste Lehrjahr, halt jetzt hier alle, wir zusammen halt schauen müssen, dass die Kiste am Ende dann läuft. Ihre Kiste läuft bereits. Seit knapp drei Monaten basteln die Azubis jetzt schon an ihrer rasenden Bierkiste, oft in der Freizeit. Und auch wenn bei der Running Box Meisterschaft der olympische Gedanke zählt, wollen die Jugendlichen doch gewinnen. Schließlich sind sie sozusagen Titelverteidiger. Letztes Jahr konnten die damaligen Christazubis den Pokal mit nach Hause nehmen. Und um genau den geht es dann am Samstag auf dem AMC-Gelände am Allgäu Airport. Hier treten insgesamt zehn Teams gegeneinander an. Es wird also einige selbstgebaute rasende Bierkisten samt Azubis obendrauf in Aktion zu sehen geben. Die Running Box Meisterschaft am Samstag. Ein Bericht von Anselm Stern und Marco Zanoni. Ohne Computer ist die Welt heute nicht mehr denkbar. Wer hätte gedacht, dass der Triumphzug des Computers seinen Anfang im Allgäu nahm. Konrad Zuse, so hieß der Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg den ersten funktionsfähigen Computer im Europa der Nachkriegszeit konstruierte, und zwar in Hopferau. Z4 hat Zuse sein Gerät genannt. 1950 ist er mit seiner Erfindung nach Zürich gegangen, wo dann zahlreiche Folgermodelle entstanden. Konrad Zuse wäre heute 100 Jahre alt geworden. Er starb mit 85 im osthessischen Hühnfeld. Ja, apropos geniale Produkte aus der Region. Gleich stellen wir Ihnen eine Firma vor, die deutschlandweit Abenteuerspielplätze und Baumhäuser baut. Alles aus Naturprodukten. Es lohnt sich dran zu bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, guten Abend. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekundenlasig. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Stein, Wasser, Kunst. Wir bieten Ihnen über 100 Brunnen- und Wasserspiele aus Meisterhand in unserer Ausstellung. Brunnencenter Allgäu. Jocham Natursteine in Durach. In unserer Dienstagsreihe geht es heute um Spielplätze. Nicht um gewöhnliche Spielplätze. Das, was das Unternehmen herstellt, das meine Kollegen Sebastian Sausch und Thomas Kehrer heute besuchen, sind eher Abenteuerlandschaften. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Zu Gast bei der Firma Kukumatz in Wigginsbach. Bei Kukumatz setzt man auf die Natur. Das wird klar, wenn man das Firmengelände in Wigginsbach betritt. Von hier aus beliefern die etwa zehn Mitarbeiter den gesamten deutschsprachigen Raum, bis rauf nach Hamburg mit Spielgeräten und Abenteuerlandschaften. Aber auch Baumhäuser werden bei Kukumatz gebaut, wie dieses, das bald bei der Schlossangeralp in Fronten Abenteuerurlaub bieten soll. Dabei steht für das Unternehmen die Naturverbundenheit und der pädagogische Aspekt im Vordergrund. Herr Lienert, bei der Firma Kukumatz bekommt man nicht einfach nur einen Spielplatz, sondern ein ganzes Konzept dazu. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, wir versuchen nicht nur das, was es schon so gibt, aus Katalogen umzusetzen, sondern wir versuchen individuell zu bleiben. Das heißt, wir versuchen herauszukriegen, was der Kunde will und wollen es dann wirklich ein individuelles Konzept erschaffen, was wir dann dem Kunden in Form eines Modelles auch vorstellen. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das heißt, man könnte theoretisch überall einen Kukumatz-Spielplatz bauen, oder? Man kann überall einen Kukumatz-Spielplatz bauen. Je ausgefallener oder je interessanter das Projekt ist, desto mehr fordert uns die ganze Sache und desto interessanter ist es auch für uns. Und ja, wir lieben die Herausforderung. Sie sind unter anderem zum Beispiel dabei beim Baumwipfelpfad in Scheidegg. Genau. Es entsteht ein großer Baumwipfelpfad, wo die Leute in 30, 40 Meter Höhen durch die Baumkronen auf Stegen wandern können. Und Kukumatz macht zu diesem Baumwipfelpfad das ganze Spielplatzkonzept und die ganzen erlebnispädagogischen Elemente und auch Ausstattungen für die Wanderwege, was dort dazukommt. Die Entwicklung einer Abenteuerlandschaft beginnt bei diesen Damen. Sie haben sowohl einen künstlerischen als auch einen landschaftsgärtnerischen und pädagogischen Hintergrund und liefern die Ideen für die Projekte. Die werden dann zunächst als Modell angefertigt. Umgesetzt werden die Ideen dann hier, in der Werkstatt. Jedes der Spielgeräte ist ein Unikat. Jeder Abenteuerpark wird auf die speziellen Gegebenheiten und Anforderungen hingeplant. Hier entsteht gerade eine Schaukel. Als Baustoff benutzt Kukumatz vor allem Eiche und Rubini. Die entwickeln eine spezielle Gerbsäure, die sie vor Verwitterung schützt. Die Spielgeräte sind dadurch haltbarer und der Anstrich dient nur ästhetischen Gründen. Die verwendete Farbe ist ungiftig, so wie Speichel und Leck echt. Darauf legt das Unternehmen Wert. Herr Lienert, wo sitzen wir gerade drin? Ja, wir sitzen hier in meinem Badezuber. Hat eine ganz wilde Geschichte. Ich bin über Land gefahren, ich komme ziemlich viel rum. Und habe in einem ehemaligen Betonwerk so einen Stahlkessel stehen sehen. Und im Vorbeifahren dachte ich mir noch, irgendwie eine tolle Kombination zwischen unserem Holz und diesem verrosteten Stahl. Habe dann irgendwann ausfindig gemacht, wem dieser Kessel gehört. Und habe dem den Stahlkessel abgekauft, damit heimtransportiert. Und dann kam die Idee, den hier einfach mit dem Schneidbrenner aufzumachen. Diese alten Wagennaben damit einzuschweißen und aus diesem ganzen Ding einen Badekessel zu machen. Das heißt, gerade so ein paar Mal im Jahr, besonders an Silvester, ist hier immer großes Anbaden angesagt. Der Kessel wird mit Wasser gefüllt und unten mit dem richtigen Feuer praktisch angeheizt. Und hier kann man sich auch bei Minusgraden und dichtem Schneefall, kann man sich hier drin richtig schön kochen. Entstehen so die besten Ideen, dass man einfach über Land fährt, Dinge sieht und dann einem eine Idee kommt für ein neues Projekt? Ja, kann man schon so sagen, weil daheim bist du doch immer eingespannt. Du hast ja auch so deinen Alltagstrott. Und wenn du über Land fährst, dann ist einfach mal der Kopf frei und so entstehen einfach viele wilde Gedanken. Sie haben gesagt, vom Anbaden gerade gesprochen, hier in diesem Zuber. Passiert sowas auch im Team oder wie wichtig ist das Team für die Firma? Das Team ist eigentlich das Wichtigste. Wir verstehen uns untereinander eigentlich super, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Jeder kann sich auf einen anderen verlassen und ja, wir machen auch kreative, wirklich kreative Firmenausflüge und machen immer wieder besondere Experienzien. Es läuft also ein bisschen anders wie in herkömmlichen Firmen. Warum ist das so wichtig? Es gehört mir zu unserer Philosophie das Ganze. Wir machen kreative Sachen, wir machen wilde, verrückte Konstruktionen und das zieht sich irgendwo durch die ganze Firma durch. Auch bei der Spielplatzentwicklung und da haben wir dann wieder den Bogen gespannt zurück zum Produkt. Auch da legt ihr auf, Teambildung bei den Kindern ein bisschen Wert. Wie macht ihr das? Ja, wir haben in unserem Team natürlich Erzieherinnen und so weiter, die sich intensiv auch mit den ganzen Spielen auseinandersetzen. Und der Spielwert, das ist eigentlich das ganz Entscheidende bei unseren Spielgeräten. Also nicht nur einzelne Spielgeräte irgendwo hinzustellen und zu sagen, okay, hier habe ich einen Turm, hier habe ich eine Rutsche, sondern wir vernetzen, wir kombinieren die ganze Sache miteinander. Das heißt, die Kinder fangen irgendwo an einem Ende an zu spielen und die saugt es förmlich durch diesen ganzen Spielplatz durch. Zurück in der Produktion. Gerade eben wurde ein Schaukelelefant fertiggestellt. Zusammengebaut wird er an seinen Bestimmungsort geliefert und dort dann hoffentlich viele Kinder erfreuen. Ganz natürlich eben. Unser Blick hinter die Kulissen von Allgäuer Unternehmen. Die nächste Folge dann am kommenden Dienstag. Und morgen bei uns Thema, was wird wirklich getan in Sachen Missbrauch hier in der Diözese Augsburg? Bei mir im Studio ist der Missbrauchsbeauftragte des Bistums. Er wird uns Einblicke in seine Arbeit geben und von seinen Erfahrungen mit den Opfern sprechen. Seien Sie dabei. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020